bitteschön irgendwie sind sie dem meisten Wege sind alle 99 Fackeln fehlen mir? Ne Quatsch ja ok, Fackeln sind ok also kannst du noch mehr haben von mir weiß nicht, ich hab jetzt eh da nicht alles gegeben ach da fehlt mit sich einer so mein Regenschirm muss erstmal wieder mit ins Boot ich weiß gerade nicht was jetzt fehlt was so GPS dann Silbergeschoss, Kobalt ja mal Kobalt also das kommt da hast du jetzt gesagt da liegt auf jeden Fall ne da liegt nichts mehr meine ich meine ich hab alles mitgekriegt also weiß ich nicht falls dir jetzt irgendwas fehlt dann aber also waren so viele Monster da deswegen hab ich da jetzt nicht genau gesehen was jetzt Monster war und was Items war ja ein Wecker fehlt mir ein Wecker? Ne Wecker hab ich dir gegeben ach du hast 2? ja ok dann geh ich gleich nochmal zurück naja wie tief geht es denn da rum? wann kann denn dein Wecker? hä? Ne ich hab keinen Wecker wie du hast keinen Wecker? ne ich hab keinen Wecker ich hab dir den gegeben gehabt hm ich hab den sonst keinen Kobalterz hast du supi ja ich hab schon wieder ich bin jetzt überall verstreut ach du Hund ok ok ja dann flitze ich ja nochmal hin ne wird ja jetzt gerade Tag das ist ja sowieso ne wieso ich muss doch eh was ist das äh göttlicher Amarok was 49 Schaden was macht der denn? ah what the fuck was hab ich denn da gesammelt? das ist ne neue Waffe ja ein Bogen jaa mein ich ist das der Bogen? den du gerade hast? ne hey wieiii was ist denn das für ein Land? das ist äh wieder Diyoyo alter der haut aber ganz schön rein äh Corruption mit Ice World und keine Ahnung was noch ach Gott wo bist du überhaupt? oh weg damit dir das Skelett ach so du bist direkt unter uns Chris ok hier ist alles zu dunkel mehr die ganzen Fakten sind alle weg ich muss hier absteigen du hast mein Bienchen hast du mein bienchen denn ich habe nur einen schleimstab dann dann müsste ich das noch hier rum ja wohl ich ab bis zu hohen ist doch bist du bist doch ich weiß nicht wie denn hier ist ein monster hier ist ein monster also das ist ja es geht hier ganz es geht ganz jetzt so ein rohrer hier sind wir immer war so in daten daten ist auf jeden fall nicht übertrieben mit dem verkündeten weiter das ist gut so ein bisschen mehr ziehen ja so hier ist das kreuz hier liegen aber keine alten rum ich weiß nicht wohl aber vielleicht ist das runtergefallen kann das sein ich habe adamantien gefunden aber ich kann was ich davon ich gucke mal vielleicht ist das runtergefallen ich habe nur eine kohle einen kohlekorps auch mit in den besten ok Bergmanns Helm ich bin auf jeden Fall einer manche tröst um ehrlich wird ist ja erster Platz wird mir vor schwebt er nicht ich weiß nicht wo die Sachen sind jetzt von ihr scheiß drauf kommt zurück also aber es hat es ist ja dann deine liebe Biene die können eigentlich nicht nach und manche neuen Storbring und Gott der Spiegel viel wie Scharno im Falle ich glaube ich habe ich habe ich habe ich habe in meinen Kisten gepackt ich glaube die Sachen bis vorne zu einer neuen Kanz Kisten weil ich bin glaubt der Häuser mit Kisten drin Mein Wienchen ist wieder da. Es gibt kein Spiel, bei dem ich so in Spitz sind, wie bei diesem hier. Ehrlich, das ist der Wahnsinn. Schlimm, ne? Oh, was hat der denn da fallen lassen? Vitamine? Cool, ich brauche Vitamine. Vitamine sind immer geil. Vitamine können alles. Jetzt habe ich meinen Angel Staff weggelegt. Och nö, ich hätte nicht weitergegeben. Äh, weiß nicht, wollen wir irgendwie weitergehen in Corruption? Wir müssen weg. Nein, eigentlich eine Corruption haben wir jetzt. Weg, geh weg. Wir müssen Erze fahren. Ja, ich bin ja gerade dabei, aber so eine Schildkröte hält mich auf. Die macht ordentlich Damage, die springt sau hoch. Ja, dann lass uns mal sammeln. Willst du Eilen oder willst du mit sammeln, Alex? Ich, äh, weiß es nicht, also... Geh weg, geh weg. Wir müssen irgendwie weiter... Also das ist ein bisschen blöde gerade ohne Rüstung, ne? Ich würde theoretisch schon wegen den Angelquests machen weitermachen. Ich musste weg. Ich musste weg. Und ein paar Sachen, aber ich kann... Ich würde einfach die Angelsachen mitnehmen und dann, äh... Weiß nicht, immer unterwegs oder irgendwo was finden dann einfach da. Das ist für mich jetzt ein... Weil ich glaube, wir brauchen sowieso von mehr oder weniger überall... Ich sag mal so, die Angelquests, die läuft dir nicht weg, aber... Eine Rüstung wäre jetzt mal angebracht bei dem Schaden. Das kann man ja so irgendwie mitnehmen. Ich komme auf jeden Fall hier mit euch schön mit. Und auch real... Ja, weil ich... Ich warte jetzt hier auf dem... Chris, oder... Chris, wenn du schon irgendwie ein Rüstungsteil bauen kannst, bau das echt... Also den Taumhammer lasse ich auf jeden Fall hier, oder? Das wäre vielleicht ganz vernünftig. Den Paunhammer... Aber lass da, ja... Pack hier auch irgendwie eine Schattentruhe oben links. Die Schattentruhe, wo ist die? Die Schattentruhe sind diese lilanen bei mir. Ach, die drei da draußen. Ja, da sind zwei leere bei. Okay, pack mal hier mal. Die hinteren glaube ich. Die vordere ist meine. Die vordere ist voll gemüllt mit irgendwelchen Krams. Das kann nur deine sein. Das ist ja schlimmer als bei mir. Da ist halt ein Obsidian-Brett drin, was du hab ich heute. Ja, das ist cool. Ja, guck, in der ersten. In der ersten Süd. Dann nimm das doch. Da sind Schattentruhen in der Schattentruhe. Okay. Äh... Guck, hört mal an. Ach, das Ding hier. 49? Was? Göttlich. Hilfe. Guck mal, wenn Juju schlägt dazu. Aber ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Du musst mal irgendwie gedrückt halten und in die Richtung und... Ne, das macht mich zu bescheuert. Da bin ich lieber mit dem Schwert, weißt du? Ja, genau. Das macht 49 Schaden. Geil. Okay. Das nehm ich. Dankeschön. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt für unsere... Sagen, jetzt brauche ich ein Monster zu testen. Ja, weil ich immer teile, ne, Chris? Also ich brauche mir jetzt mal ein Schwert. Ich brauche es. Ich brauche es, ja. Ich brauche ein Höllensteinschwert. Das ist das Blöde dabei. Dann kann ich mir so ein Extremschwert machen. Das neue Schwert. Das neue Schwert. Okay. Alter, da hat ein Speed drauf. Das ist cool. Ja, das hat sogar plus Prozent Tempo. Apropos Speed. Wollte mal gucken. Ah ne, da würde ich... Ich habe schon drei positive Buffs auf mein Schwert drauf. Das wollte ich nicht versuchen, noch beim Tinkerer was besseres rauszuholen, oder? Ne, nicht unbedingt. Das ist ein Superior Blade. Der kommt da raus. Ihr wollt wie nur alle Buffs weg und nur noch minus 10 Prozent Größe oder so. Ja, das wäre ziemlich unschön. Das ist ja Zufall beim Tinkerer. Beim Schmiedemeister da. Das ist immer Zufall. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Das ist ja auch ein bisschen fies irgendwie. Oh, der Schleim hat eine Bombe gedroppt. Das ist ja cool. So, wo gehen wir hinbezogen? Elfrance. Was? Wie? Wohin gehen? Und wie, wo abbauen? Und wieso kommen wir... Warum steht dein Bett? Ja, das hat er erst mal abgestellt. Was hat er da abgestellt? Ich wollte das nicht haben. Ne, was glaubt das? Irgendwann geht der mit Geschenke unmehrlich. Erstmal so aufm Weg abstellen. Bitte? Ich hab jetzt ne Frage. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Wie kriegt man nochmal die Seelen raus? Aus den Viechern. Soul of Light. Soul of Right. Soul of Light. Soul of Light. Ja, das war... Warte, warte. Warte, warte. Oh shit. What the fuck ist das für ein Viech? Ihren Teel ich weg. Teel ich weg. Ah! Teel ich weg. Wie soll ich mich denn hier gleich wegteelen? Echt mal. Ich hab ein Fossil. Wir haben ihn doch Platz gemacht. Ich hab 25 Hundert Getränke dabei, also. Ich wollt Chris meine Stiefel noch verbessern, dass sie noch besser... Wo wollen wir denn jetzt die Ameisenviecher? Ich hasse sie. Ja, ich hab so... Alter, dieses Jojo ist ja echt Wahnsinn. Das macht ja... Ja, der haut... Der haut ja richtig. Wir brauchen besser... Sandsturm. Da braucht man ja gar nichts mehr. Warum haben wir immer einen Sandsturm? Ah, der geht von rechts. Chris, warum laufe ich eigentlich in die Richtung? Wo bist du? Ich bin links. Ich bin links. Wir müssen nach links. Ja, aber lass uns doch mal irgendwo runtergehen, Mensch. Ja, zum Elfohr. Oh, was ist denn hier? Hilfe! Oh, der Wohr. Warte. Warte. Warte, ey. Was kommt dir denn an? Hilfe. Ah, warte mal. Wir müssen hier runter. Hier ist ein Herz. Das heißt, hier ist eine Höhle. Vielleicht. Ich komm nicht zu... Alter, komm doch hier! Hilfe! Oh, Hunter. Alter. Das ist ein Sand, hey. Komm rauf, Hunter. Komm rauf. Komm rauf. Der krieg ich eine laute. So sieht's aus. Alter, was geht denn hier ab? Ich zähl mich zurück. Zählt euch zurück. Zählt euch zurück. Zählt euch zurück. Hilfe, ey. Was war da denn? Alter, ich hab's nicht geschafft. Zeig mir doch, zählt euch zurück. Zählt euch zurück. Ich hab doch geteilt. Beim teilen hat er mich kaputt gemacht. Oh, nee. Das ist meine Sachen. Ich krieg ne Hals. Hier lass ich. Ich will da hinten in das Land rein. Ich möchte hier nicht direkt runter gehen und die Sachen holen. Nein, ich muss jetzt noch extra bis dahinten laufen. Wir haben hier eine Mine direkt vor und unter uns. Warum gehen wir da einfach runter? Ja, das sind keine Ärzte dabei. Ich hab da nachgeschaut. Das wäre zu einfach alles, ne? Ja. Ich stehe hier wieder rum. Warte ich, oder? Ja. Okay. Du hast nicht zu viel mitgenommen. Ich hab nicht viel. Ich hab nur meine Grundsachen bei gehabt. Ja, alles dabei gehabt. Ich hab ungefähr 20 Slots. Also, das Grubaldschwert ist super. Oh, geh weg für dich. Das Grubaldschwert ist super. Hat er eins für uns gemacht? Nein, ey. Ja, ich hab keine Ärzte noch. Er hat nur für sich gemacht, natürlich. Oh, zwei Bombenfische. Was machen die denn? Cool. Ian, wo bist du da? Ja, ich stehe da. Ja, doch. Ich wollte schon gerade sein. Alles stehe da im Weg, aber ne. Ich krieg den Krieg, sehr ehrlich. Scheiße, die Krise. Das macht keinen Spaß. Nein, das ist schon wieder alles vorbei. Nein, das ist nicht vorbei. Nee, das nervt einfach nicht. Ja, ja, das ist auch schlimm. Aber diese Würmer sind auch echt am nervigsten. Weil die trifft man halt im Boden, alleine nicht. Ich hab ihn geplättet, den einen. Die sind nicht so schlimm. Aber das war zu viel, viel Zeug auf einmal. Ja. Und ihr könnt mich am... Ähm. Ja. Genau da. Schmatzen. Da könnt ihr dran schmatzen halt. Und dann, ne. Ich geh jetzt nämlich hier runter und suche meinen Staff. Wo gehst du denn da? Ich komm dann mal mit. Hier direkt runter in der Mine. Aber es sollen der Scheiß da immer... Aber da war Chris glaube ich schon, wenn du direkt... Wo gehst du runter? Ach, der Chris, der übersieht doch alles so wieder raus. Hahaha. Ein wahres Wort. Der Chris, der gibt mir auch meine Fackeln wieder. Der Chris, der bellt auch meine Fackeln, das ist der Wahnsinn. Was ich noch sagen wollte, die ganzen Wege sind, die meisten Wege sind nicht mehr aktuell. Wie? Sind die alle... Ich kann hier trotzdem direkt runter gehen. Du kannst da hinten in der Wüste nicht mit Würmchen rumschlagen, ich geh hier runter. Ja, die Fackeln sind halt weg, die meisten. Ach so. Dann sei es wieder dunkel. Ach, ich habe doch Fackeln. Scheiße. Jetzt kann er mir wieder abflicken, ne. So ein Kack. Äh... Wo ist das Natur-Ding-Teil? Ich hab das Gefühl, das sind bei mir immer weniger. Mir fehlt etwas. Ich weiß nicht, wo es ist. Alter, diese Hacke, die rumst da ja durch wie sonst was. Das ist ja Wahnsinn. Da ist ja... Der geht ja... Wumst die Wumst die. Oh, da unten ist auch eine Hülle, da sollten wir uns ein bisschen rein. Was denn? Äh... Ich brauche etwas, aber ich finde es gerade nicht mehr. Hä, was... Was in den Dschungel habe ich das? Sie sind gerade Schaden gemacht. So, dass... Oh, kein... Hat sich jemand das Armband und den Nagel gerissen? Anna, ich hab's dann draufgefallen, deswegen... Da ist gerade Sand. Ja, dann musst du auch... Da musst du aufpassen. Ja, ich hab's nur gerade, weil ich mich gerade runtergegraben habe. So, so hab ich gedacht, da passiert ja nichts. Aber irgendwie... Bin ich wohl doch ein bisschen seitlich gekommen. So. Das sieht doch interessant aus. Hier scheint eine Höhle zu sein. Vielleicht haben wir hier irgendwelche tollen Erze. Nee, ich brauche... Licht. Hüpf doch rauf, erst gibt's das auch. Ach du heiliger Strohsack. Hat jemand eine Schnürsenkelkappe? Mit wat? Schnürsenkelkappe brauch ich. Ne, keine Ahnung. Blitzstiefel... Kann man Blitzstiefel machen. Okay. Nee, ich hab keine Schnürsenkelkappe, sorry. Schade. Muss ich nur weiter sammeln. Wo kriegt man die denn her? Äh... Gute Frage. Kann man ja mal die Augen offen halten hier. Okay. Hier sieht's doch erstmal ganz schön aus. Das wollte ich jetzt grad nicht. Oh. Hier ist ein Wurmblock-Trunk gespawnt. In dem Moment, wo du einen eingesetzt hast. Das ist ja witzig. Ich muss irgendwie in die Hölle hängen, aber ist sehr schwer. Ist das Zufall, oder...? Ach du, ist denn die komische da? Also da ist auf jeden Fall noch ein Gang, wo wir schon mal waren. Das ist nochmal... Alter. Das heißt, bei den alten Gängen werden wir wahrscheinlich auch keine Erze finden, oder? Äh, doch. Ja? Ja. Okay. Okay. So, ich hab 20 Samen vom Heiligen. 20 mal kurz ein bisschen rein. Hm. Oh, mein Schleim ist durch. Das ist gut. Yeah. Alter, das Jojo, das ist... Das fetzt ja richtig rein. Ian, wo bist du? Alles gut? Man hört den Ian nicht mehr. Ich glaub, wir machen nicht mehr reden. Ich hoffe, mit Ian ist alles in Ordnung. Oder hat da aus Versehen nur sein Mikrofon ausgeschaltet? Nee, ja. Oder komm, ein Glück hier. Da kommt eine Mumie. Na, klasse. Da hab ich ja jetzt Lust drauf. Mann, ich will jetzt keine Mumie mehr. Ich will angeln. Und Erze sammeln. Ach, da kommt der Chris angeflogen. Sehr gut. Hallöchen. So, mal schauen. Ja, mal gucken, was wir wohl dann irgendwie finden, ne? Muss man uns echt ein bisschen... Höh? Der Blut muss wieder auf. Ja, rauf. Wieder nach Hause. Ach, du heiliger Strohsack. Jetzt wird's schlimm. Jetzt wird's ja richtig lustig. Äh, müssen wir wirklich nach Hause? Oder können wir die einfach machen lassen hier? Naja, eigentlich nicht. Aber am besten wär's schon zu Hause. Wegen der Heilerin. Weil jetzt gibt's neue Gegenhalte. Ja, und jetzt kommt hier schon eine Geisterrüstung, die einfach mal unsere Heilerin angreift. Genau. Greift nur alle Leute unserem Haus an. Geisterrüstung. 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 Oh, naja. Sehr gut. Alles weggeschnitzelt. Oh, was ist denn das? Oh, hier ist Navi. Hier ist Navi die Fee. Welche Fee? Wo? Weiß nicht. Hier ist irgendeine Fee oder so, die hier rumgeflogen ist. Achso. Ne, das ist ein Bauchfüßler. Achso. Ein was? Bauchfüßler. Der schießt Laser. Der schießt Laser? Okay. Ja. Sah aber sehr schön aus. Sah aus wie Navi. Ich probiere nämlich das ganze Land. Wo wir jetzt hin, probiere ich jetzt alles heilig zu machen. Achso. Alles heilig. Okay. Und wie macht man das sonst heilig? Ich muss von der komischen Catlin, äh, von der Druidin, heiliges, heiliges Saat kaufen und dann auf den Boden rein geben einfach. Okay. Einfach nur das dann. Ja, okay. Also in die Erde einfach rein. Okay. Jojo Fight. Oh. Yeah, ein Clown. Ein Clown. Nein, das ist kein Clown. Das bin nur ich. Und da infiltrieren sie unser Lager. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und da kommt auch noch ein Geist. Na klar, komm her, du Geist. Oh, oh. Kann aber perfekt Gold sammeln. Hä? Wo ist der denn jetzt hin? Ian, warum redest du nichts mehr? Ich glaube, Ian's Mikro hat sich irgendwie ausgeschnupselt. Würde ich fast vermuten. Oder er ist grad ziemlich sauer. Nein, das glaube ich nicht. Warum sollte er sauer sein? Hast du seine Sachen denn nicht geholt? Doch. Ja, ne. Deswegen. Warum sollte jemand sauer sein? Da, da ist die Fee wieder. Pixi! Pixis! Yay! Ach, sterben? Doch, Pixis. Okay. Nein, die sterben. Wir brauchen die. Nein, da kommt ein Geist. Die roten Viecher sollen kommen. Ach, das ist unsere. Ich seh da nur so'n Zombie und das ist aber der, der bei uns im Haus wohnt. Was passiert denn, wenn einer von den Leuten stirbt? Spawn da neu. Echt? Oh, da kommt ein Einhorn. Ein Einhorn. Da kommt ein Einhorn. Sebastian der Schneider ist getötet worden. Von dem Einhorn. Interessanterweise. Warum auch immer. Das war ein wütendes Einhorn. So, aber wir haben ja noch Brett, den Meistercatcher hier. Wo ist denn unsere Heilerin? Ich verliere ein bisschen den Überblick gerade. Ähm, Brett ist schon tot. Wir haben nur noch einen Luke, einen neuen. Wie? Die Heilerin ist schon tot? Die Heilerin lebt eh noch. Was? Die Heilerin lebt noch. Ich mein, wir haben Brett nicht mehr. Doch, Brett ist noch da. Nee, der Heiler ist anders jetzt. Weil wir ihn getötet haben. Achso. Das ist ein anderer jetzt. Und wo... Wo... Wo ist denn die Heilerin? Ich würde mich gerne nicht mehr heilen. Also, die muss ich gar nicht mehr. Seh ich jetzt, weil... In der Zeit hab ich mich schon wieder hoch gehielt. Oh weia, oh weia, oh weia. Ja. Ah, ich will doch nur hier durch. So. Mann, unser Haus ist zu schwer zum Durchwandern. Ah, ich hab nen Schneider seinen Hut. Ja, nen roten Hut. So, das sind nun alles Verbündete. Oh Gott, Geisterrüstung von überall. Hilfe. Wow, du schießt Laser auf mich. Wo ist die Heilerin? Ich will mich doch mal heilen. Ist da? Ist da die Heilerin? Ne, die macht nur nur ein Geschäft. Ah, da ist die Heilerin. Okay. Hier, Heilerin. Äh, heilen. Danke. Dankeschön. Wow. Blutmond ist natürlich besonders schön hier im Hardmond, ne? Naja. Ja. Tum, 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 tum. Cool. Ja, hier drüben alle schön. Dieses Gegengewicht ist echt sehr geil. Das macht das Lasto ja nochmal, äh, Assyria nochmal richtig viel stärker. Schön geschnitzelt. Ähm, kommt hier nicht auch dein fliegendes Sparschwein aus einem dieser Viecher raus? Ja, aus den roten. Na, die, die du gerade plattgemacht hast? Ja, die sind glaube ich selten irgendwie. Ja, das Gefühl. Yay. Ach, den wird in Ruhe. Wir sollten unseren Leuten mal ein paar Waffen geben oder so, dass die auch ein bisschen kämpfen können. Aus dem Zombie ist ein Pixie rausgekommen. Hä? Ja, der Zombie ist gestorben, aber war das Pixie daran. Pling. So machen wir es mit der Magie. Oh, stimmt. Da ist Luke. Können sie sagen, Luke, ich war dein Vater. Ja, um Kreptis ist dein Vater. Oh, was war das denn hier? Äh! Wie? Was? Da war so ne Kiste. Welche Kiste? Ne Mimik. Flüchte, Flüchte! Nein, nein, nein. Ich hab's plattgemacht. Ich sitz unten im Wasser und mein Schleim macht sie jetzt voll kaputt. Eine Halskette ist getrobt worden. Kreuz Halskette. Und du hast es eingesammelt? Was hat, ne Halskette, hat sie getroppt? Warte, nimm sie. Ne, 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 ist aber okay, du kannst das ruhig haben. Ne, 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 nimm sie, ich brauch's nicht. Was macht die denn, die Halskette? Ich kann sie nicht einsammeln, ich hab keinen Platz mehr. Ähm, verlängert die Unbesiegbarkeit nach erlitterndem Schaden. Was? Echt? Unbesiegbarkeit? Cool. Ja, wenn du Schaden nimmst, kriegst du für paar Sekunden ja keinen Schaden mehr. Ach so, ah. Bam, bam, bam. So, ihr geht alle sterben, dankeschön. Na, war ne, der Blutmund denn? Äh, wenn die Nacht vorbei ist, würde ich mir vermuten, ne? So, ich hab nen Banner, das häng ich gleich auf. Ja, hab ich nicht gekriegt. Ein Horn, ein, 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 ein. Wo? Ich will jetzt einfangen, ich möchtes reiten. Oh, das ist im Haus. Es ist im Haus. O vu. Wo ist Summerin? Bohren wahrscheinlich, keine Ahnung. Erst mal alles töten hier. Junge, Junge, was geht denn hier ab? Oh, da kommen auch noch welche. Oh. Also diese Jojos finde ich echt cool, die sind echt nicht schlecht, kann man doch ziemlich gut mit Schaden machen. Wir kämpfen gegen zwei Gegenden. Achso, da ist, da ist Ian am Kämpfen. Gegen Bluten kämpfen wir und gegen die Pixies, also gegen die Heiligen. Hä? Da ist doch noch ein Clown! Da kommt noch ein Clown! Ja geil! Komm Clown, wirf deine Torte! Nee, macht er nicht. Was hast du eigentlich für'n schönen Hut? Vom Schneider! Vom Schneider! Wenn du schirzt, glaub das den Hut! Achso! Cool! Du hast ja erstmal den aufgesetzt! Liebe, der neue Schneider! Hallo, ich bin Christian Neuschneider! Da soll man nochmal sagen, der Mörder ist nicht der Gärtner! Ah, endlich hört auf! Wow! Ich glaub's ja nicht! So, wer seid jetzt gestorben? Keiner von uns interessanterweise! Und wieso ist eigentlich das Gras jetzt blau? Rett dich! Ähm, das ist das Heilige Land, also ich hab das... Ah, okay, das ist das Heilige Land, okay! Darum spawnen da auch Pixies hinzu! Okay! Und ich muss mein Inventar leeren! Gesellenköder! Hm, auch nicht schlecht! Kann man auch brauchen! Und Eisenauertrank! Okay! Einen Sternenhorn brauch ich! Dann kannst du einen Sternenschleier machen! So, Tränke! Was haben wir da drin? Wie ist das? Äh, dann Munition und Pfeile! Bomben rein! Ja, was ist mit ihnen jetzt eigentlich passiert? Das ist ein wenig verwirrend! Plötzlich ist das Licht vom Ian einfach ausgeknipst worden! Sozusagen! So, Dämonen auch nochmal weggehauen! Ich würd sagen, wir gehen jetzt mal weg! Ich hör ne Ente! Wo ist jetzt Ian? Ian ist im Haus! Ian ist im Haus! Ian? Ian, bist du da? Ja, 50% Köderkraft, das sind ja coole Falter! Äh, hört man ihn jetzt nicht mehr? Ja, ihn haben wir ja die ganze Zeit nicht gehört! Eben! Das ist ja das Traurige! Das ist ja das Traurige! So, wo haben wir hier die gefischten Sachen? Da sind die ganzen Fische und Bombenfisch! Sehr geil! Ähm, meine Güte hat mein Fischer! Pixistaub brauchen wir bestimmt, ne? Ja! Ja! Also ich hab mal Heilige Saal wieder gekauft, die pflanze ich gleich mal! Okay! Oh Gott! Wir müssen unser Lager irgendwie mal mehr verbessern! Ich glaub Ian's Mikro geht grad nicht mehr! Ja, die ganze Zeit irgendwie schon! Horn des Einhorns! Ich hab das Horn des Einhorns! Cool! Ich hab zwei davon! Ah, sehr gut! Sehr gut! Aber du kannst nicht viel noch machen draus! Außer Mana-Tränke! Noch nicht, ne? Ne, ich hab schon nachgeschaut! Kannst du Mana-Tränke machen oder was für einen Steuerbahn-Regenbogen? Echt? Warte, ich komm gleich runter! Ist das Corruption? Ne, es macht aber so ne interessante Musik! So ne fröhliche Musik! Warte, ich komm runter! Okay! Dann ist das das Heilige Land wahrscheinlich! Das kann auch sein! Weil komischerweise... Weil komischerweise das verbreitet sich auch! Und das Geile ist, das Heilige Land ist auch bei der Corruption! Es ist auch bei der Corruption! Es sind zusammengefachtet! Ja! Ja, zusammen stimmt das Heilige Land! Ian hat das geschrieben! Hallo Hörer! Aber ihr mich nicht? Nein, wir hören dich nicht! Ne, genau! Aber irgendwie so ganz plötzlich nicht, ne? Wo bist du? Warte, ich... Ach, jetzt hat er den Bräutigam-Hut! Der, der... Der Ian hat den Bräutigam gekriegt! Das ist ja Wahnsinn! Das ist ja geil! So, was... Was brauchen wir noch? Ach Gottchen! Ähm, ich lege den Pixi-Staub! Ja, wo legen wir den denn mal hin? So, wo ist denn der Luke? Was ist denn der Luke? Ja, ich will ihn anders ausnehmen, ja! Luke! Ja, ist denn! Pixi-Staub! Was kann ich damit? Heiliges Wasser! Das brauche ich eh! So! So, was brauchen wir denn hier zum Beispiel nicht drin in der Mitte? Mundglanz! Den... Warte, ich habe... Ich habe was! Ähm... Achso! Ah, oder? Warte, warte! Äh, lol! Dann packen wir hier nicht rein, dann packen wir hier Pixi-Dings rein und... Ähm... Und das Einhorn-Store packen wir hier auch noch rein! Den Pixi-Staub... Den... Wir brauchen den Pixi-Staub! Kristall-Splitter und zwei... Drei Flaschen Wasser, da kannst du den großen Heil dran kerschen, der heilt dich um... 150 Leben! Oh ja, das ist cool! Den... Dann gibt's noch... Den brauchen wir tatsächlich! Dann gibt's dann erst eine Feenschlocke, ruf deine magische Fee herbei, die Regenbogenrute kannst du machen... Feenflügel... Meteor-Stab! Oh! Nice! Sehr nice! So, lila Eis packen wir hier auch noch mal mit rein! Ah, warte, Meteor-Stab? Mhm! Ist das sowas wie meine magische Eis-Rakete hier? Nee, da lässt glaube ich Meteor noch unterfliegen! Achso! Jetzt ist... Jetzt haben wir bei uns das heilige Land, also... Okay, ja sehr cool! Ja, dann lass uns doch mal kurz ne Pause machen und gucken, was mit dem Ian los ist! Ob wir Ian vielleicht irgendwie wieder tontechnisch ins Bild bekommen! Und dann gucken wir mal, dass es vielleicht wieder funktioniert! Mal sehen! polygonal 쇌�fer gut decide mich. Und dann vielleicht etwas anderes interessiert! Ah ha, es du wieder. msausignath haben mich jetzt待って mich da wieder gleich nochmal. Und dann wahrscheinlich meine sich das MaxINE und steeper hinten nerven.